Wir haben vier Eichenholzbretter. Ähm... Boah, man muss ja echt viel mehr nachdenken. Wir brauchen noch mehr Holz. Ich mach mir daraus erst mal keine Werkbank. Irgendwann später. Ah! Guck mal! Ja? Humba, 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 Humba! Ach man, man, man! Wir sind ja so blöd! Wir haben uns das. Wir, wir, wir haben uns das. Heyho Minecraft-Freunde! Willkommen zu einem weiteren Teil von Captive Minecraft. Wir haben es im letzten Teil schon angekündigt, in der letzten Folge davon, dass wir auf jeden Fall Bock haben auf Captive Minecraft 2 und wir haben euch auf Twitter gefragt und auch in den Kommentaren, ob ihr das denn wollt. Sollen wir denn diesen neuen Teil, diesen zweiten Teil von Captive Minecraft, der viele neue Elemente beinhaltet und ganz, ganz coole Sachen hat? Sollen wir den spielen? Und ihr habt alle geschrieben, ja, spielt den! Und wir machen das auch heute. Und ich sag erst mal, moin, moin, ConCrafter! Genau, ich bin auch wieder dabei. Wir haben uns gesagt, wir spielen den jetzt zu zweit und damit... Einer hat zwar geschrieben, wir sollen eine kleine Pause machen, aber dafür haben 99.000 Millionen andere geschrieben, wir sollen es direkt am Anschluss machen. Das ist schon untertrieben. 100 Milliarden Leute haben das geschrieben. Alle auf der Welt haben das mehrmals unter den Twitter-Post geschrieben und deswegen haben wir uns gedacht, okay, komm, es wird Nacht, aber das soll uns nicht stören, weil in diesem kleinen Bereich kann eh kein Monster bisher spawnen. Ja. Deswegen haben wir uns gedacht, wir spielen direkt Captive Minecraft 2. Es gibt so viele neue Elemente. Wir haben schon nachgeguckt. Jetzt funktioniert nämlich auch die Sache mit den Schienen funktioniert, die Sache mit dem Skelett funktioniert. Das mit dem Nether ist immer noch so ein bisschen verpackt, aber... Ja. Das... Nein. Kiste und ihr denkt euch jetzt, höh, ihr habt gar keinen Baum, was solltet ihr denn jetzt machen? Wir können mal bei den Erfolgen gucken, die sind auch eigentlich so gut wie gleich, also sind halt wieder diese Minecraft-Erfolge, aber wir können uns ja jetzt hier erstmal nach unten bauen und da schauen, was da uns so erwartet. Es wird nicht, es wird komplett anders sein. In der Minecraft-Forum wird es so beschrieben, Captive Minecraft 1 war darauf ausgelegt, so Vanilla wie möglich zu sein und Captive Minecraft 2 ist darauf ausgelegt, umso viele Challenges, umso viele Inhalte, diese Sache mit den Monumenten, dass man extra Bonusse bekommt, also Boni bekommt. Es gibt eine viel höhere Welthöhe, man kann alles mögliche machen. Das klingt doch gut, ey. Es wurden sogar schon Gameplay-Tipps gegeben und zwar, wenn wir das mit dem Skelett machen wollen, was du die ganze Zeit versucht hattest, am besten wirklich ein Skelett nehmen, was außerhalb der Border steht und alles mögliche, also wir haben uns das alles schon durchgelesen und ich denke, das wird richtig, richtig geil und wir bauen uns jetzt hier erstmal runter, holen uns ein paar Items. Und ich freue mich schon auf die nächsten Erfolge, die wir heute noch in der Folge machen können. Mal schauen, also wir machen das jetzt diesmal so, Part 2 kommt bei mir morgen, letztes Mal war es ja so, dass Part 2 bei Gomme kam, jetzt kommt er bei mir, jetzt wechseln wir uns da quasi ab. Dann kommen Part 3 bei Gomme und dann kommen die ganzen Ungraden bei Gomme und die ganzen Graden bei mir. Wollen wir wirklich schon so weit runter gehen oder wollen wir uns erstmal hochstacken? Soll ich mal nach oben gehen? Dann können sie bei dir schauen, wie du nach unten gehst oder wollen wir zusammen nach oben gehen? Oh, oh, kacke. Warte, wir müssen noch einen Weg nach oben immer haben. Wir können es ja hochstacken. Ja, aber ich stelle dir vor, da oben spawnt irgendwas drauf und fällt dann runter und stirbt. Wir haben schon wieder mega viel nachgedacht. Okay, du baust eine Treppe nach oben, ich baue weiter nach unten. Genau, ihr könnt dann nämlich wieder, bei der ersten Folge ist es so, ihr könnt beide Sichten anschauen und danach habt ihr halt immer nur eine Sicht. Ich baue mich mal ganz einfach noch. Wie hoch baust du dich? Ich wollte schauen, was da oben ist. Hä? Da oben ist einfach gar nichts. Ja, da oben ist wirklich gar nichts, ne? Stimmt, wir müssen nach unten. Ja, dann grabe ich mich jetzt mal wieder runter. Oder sehe ich da oben eine Kiste? Oder bin ich blind? Ich hoffe, du bist blind. Nein. Ich bin offiziell, offiziell blind bin ich. Oh, oh, ich habe einen Raum gefunden. Du hast einen Raum, warte, warte, oder? Das sieht man dann bei Gomme, wenn er den Raum gefunden hat. Okay, ich grabe mich runter. Ja, mach das. Und wir haben es wieder genau gleich mit der World Border, wenn man außerhalb ist, ist man rot. Es ist quasi wie Captive Minecraft 1, aber es soll sowas von viel geiler sein und immer ist Teil 2 geiler als Teil 1. Es ist immer so. Oh, 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 oh. Room of Monuments. Genau, das kommt nämlich auch dazu. Es gibt einen Monumenteraum. Diese Monumente spawnen immer auf diesem Quarzblock und ja, da gibt es so ein paar Sachen. Das werden wir aber alles in der Fortdauer dieses Projektes mitbekommen. Ja, was machst du jetzt? Das ist so ein Sand, ne? Der fällt runter, oder? Genau, genau. Ich habe mich einfach, guck mal hier in der Ecke. Hier ist ein Loch, der kann es einfach runterspringen. Ich habe hier eine Schaufel. Room of Monuments. Alter, das wird ja sogar so cool eingeblendet. Ja, ne? Das ist echt cool. Und auf jeden Fall. Ich habe aus der Truhe gerade bekommen eine Schaufel, die fast komplett kaputt ist. Dann ein Stab, ein Stück Ton, vier Goldnuggets, eine fast komplett kaputte Spitzsack aus Holz und ein Schwert, das auch schon halb kaputt ist. Okay, pass auf jeden Fall auf mit den... Ja, genau. Wir müssen richtig vorsichtig damit umgehen. Bau erst mal nur so viel ab, wie unbedingt nötig ist. Soll ich mich vielleicht direkt hier runtergraben? Ich habe Angst, dass da drunter Lava ist. Ich würde zwei kaputt bauen und dann dich so gib mir das, weil ich bin der Diamantensuchprofi hier. Nein, Mann. Nein, Mann. Okay. Oh, da ist Eisen. Aber Eisen kann man ja nicht abbauen. Vielleicht kann man ja auch nicht abbauen. Hm. Ich gehe da... Warte, ich schaue mal ganz kurz runter. Dann wahrscheinlich. Wir müssen... Wir müssen weiter runter, weil oben gibt es nichts. Okay. Wir haben auch nur so ein Dreier-Ding. Ich möchte, wenn es eins größer wird, dann ist es ja schon mal super, weil dann haben wir nicht mal diese blöde World Border hier. Okay, hier ist das Eisen. Das müssen wir erst mal da lassen. Wir müssen auf jeden Fall diesmal wirklich vorsichtig wie nur eben möglich vorgehen. Guck mal, jetzt bau mal wieder einen ab. Genau, mache ich hier eine Ecke mal. So. Oh. Oh yeah. Holz. Okay, ein Holz. Dreimal auf Holz geklopft. Dreimal auf Holz geklopft. Mach du das mal. Okay. Eins, zwei, drei. Nee. Erstmal abbauen. Zack. Und... Humba, 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 Humba. Humba, 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 Humba. Okay, komm, jetzt sind wir schon mal ein bisschen weiter. Aber jetzt können wir immer noch nicht sonderlich mehr machen. Wir können ja noch mal eine Etage runtergehen. Nimm mal nochmal deine Spitzhacke. Ja, stimmt. Ich habe ja immer noch die fast komplett kaputte. Oh, jetzt ist sie kaputt. Verdammt. Alles klar. Jetzt ist da ein Stein. Was machen wir denn jetzt? Was hast du denn noch alles da drin gehabt in der Kiste? In der Kiste? Ich hatte vier Goldnuggets. Kann ich dir mal geben. Ein Schwert hat sich da. Ein Stock. Warte mal, ein Stock. Ein Stock. Ich habe ja Eichenholz. Und wir haben... Mach dir mal aus dem... Gib mir mal kurz das Eichenholz, bitte. Du wirst wahrscheinlich jetzt eine Werkbank... Nee. Obwohl, man muss... Daraus kann man ja nur eine Werkbank machen. Wir haben vier Eichenholzbretter. Ähm... Boah, man muss ja echt viel mehr nachdenken. Wir haben vier Eichenholzbretter. Daraus kann man sich nur eine Werkbank bauen. Wie viele Stöcke hast du? Ich habe einen Stock. Einen Stock. Was kann man sich mit einem Stock machen? Ein Schwert. Mehr nicht. Wir brauchen noch mehr... Ich habe einen Stock. Wir brauchen noch mehr Holz. Oder sollen wir mal einen Stein so kaputt schlagen? Ja, stimmt. Das geht ja auch. Also eine Werkbank brauchen wir... Ich mache mir daraus erstmal keine Werkbank. Wir können ja erstmal... Ich weiß nicht, ey. Oder wie viele Steine hast du? Ich habe gar keinen Stein, oder was? Du hast gar keinen Stein. Du hast doch doch oben die ganzen Steine mal abgebaut. Ja, ich habe hier einen orangenen gefärbten Lebenblock. Den habe ich hier. Ich habe halt aber keine Steine an sich. Ich habe dann... Ich habe hier noch ein bisschen weiter überlegen. Rutsand. Wir haben die Spitzhacke... Oder hast du die... Wie oft hast du die Spitzhacke verwendet? Nicht oft. Also... Okay, gut. Du warst doch eigentlich dabei immer. Da ist das. Da ist wieder so ein anderer Block jetzt. Alter, das ist schon so ein bisschen so... Wir tappen weiter. Kommt da doch mal was? Ich weiß nicht, soll ich eine... Kommt! Guck mal! Ja? Humba, 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 Humba! Ach, Mann! Wir sind ja so blöd! Wir sind echt! Und jetzt haben wir noch mehr Holz. Weil wir schon hier zu vorsichtig sind. Wir haben zu viel gedacht diesmal. Oh, Mann! Weil wir auch beide so von Anfang an... Und da ist eine Truhe. Weil wir beide das ganze Ding auch so von Anfang an... ...angegangen sind. Oh, die Karte ist bestimmt viel schwieriger. Oh, hier ist Nahrung. Äpfel. Wasserflaschen. Ich hab mal zwei Fackeln schon mal hier mitgenommen. Eine reicht ja, wenn wir hier eine stehen lassen. Du bist gerade der Roboter. Bin ich bei dir auch ein Roboter? Nee, du gehst bei mir. Bei mir ist super. Bei mir gehst du auch wieder. Okay. Ich nehm die Kiste auch mal mit. Also wir wollen wirklich vorsichtig genug vorgehen, damit uns sowas nicht passiert. Wie beim letzten Mal, bla bla, so ein paar Sachen. Genau. Stell mal die Werkbank hier auf jeden Fall auf. Ich werde jetzt mal eine Holzstätte bauen. Wollen wir uns mal hier die Base hinmachen? Ich finde, das ist ganz schön hier mit dem Ton und alles. Und da oben ist ja eh gerade alles nur voller Sachen. Oh. Humba, 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 Humba. Humba, 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 Humba. Humba, okay. Also falls sich ein paar Leute jetzt gerade denken, komm. Was machen denn die beiden Spacken da? Das ist unser Tanz aus Captain of Minecraft 1. Und was ihr jetzt gerade auch schon seht. Ihr denkt zwar, hm, nur Gomme hat sich bisher das hier alles gemacht. Das wird mit mir synchronisiert. Ich habe jetzt auch den Erfolg mit der Spitzhacke zwar geschafft in meinem Erfolge-Screen. Allerdings bei den Erfolgen bei Tab hat nur Gomme den geschafft. Das ist richtig gut, weil das wird jetzt quasi getrennt. Und Gomme liegt zwar vorne jetzt mit den Erfolgen. Aber ich kann trotzdem jetzt die Erfolge weiter fortsetzen. Weil sonst musste ich die ja dann immer nachholen. Und dann hat das mit den Erfolgen-Rangliste gar nichts gebracht. Und jetzt ist das wirklich so ein kleiner Wettkampf. Aber wir wollen das Ganze natürlich jetzt nicht überstürzen. Ich baue uns hier erstmal die Base. Also ich mache jetzt mal hier die Kiste hin. Und die Spitzhacke stelle ich auch mal. Ich baue schon mal die ersten Steine ab, damit wir gleich schon mal bessere Ausrüstung haben. Genau, auf jeden Fall ein Schwert ist erstmal wichtig. Weil wenn wir sterben und Sachen verlieren durch einen Creeper oder so, das wäre natürlich skandalös. Das wäre echt ultra blöd, ja. So, ich lege erstmal so ein paar Sachen da rein. Zwei Fackeln habe ich mit. Den Ton, also dieser Leben in der Ecke. Guck mal, wollen wir den abbauen oder wollen wir den da stehen lassen? Ich weiß nicht. Welchen Ton? Ich habe ja auch noch ein Stück Ton im Inventar, aber... Ja, weiß ich nicht. Den hier? Ja. Was ist das denn? Ist das so ein grauer Ton? Kannst du mir erstmal Spitzhacken machen oder kannst du mir die Sachen geben? Mach ich gleich, mach ich sofort. Warte mal, ich baue noch ein paar Steine ab und dann baue ich dir direkt ein paar schöne Hacken. Okay, ich nehme mal eben hier noch das mit. Hupalai, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Egal, warte mal. Ja, du hast... Ja, genau. Huch. So. Okay, Achtung, ich glaube, gleich kommen wieder der Humba-Humba-Tanz. Ehrlich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was ist denn das? Ach, da waren auch Wasserflaschen. Humba, 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 Humba. So. Krass. Wir haben eine... Ah, da ist wieder so eine Möchtegern-Potato. Die esse ich diesmal nicht. Die wird nur umbenannt auf Regular Potato. Aber das ist eine giftige. Das habe ich dazu gelernt. Oha, oha. Hier, guck mal, was ich habe. Zack. Eine Spitzhacke. Ist das nicht wunderbar? Sogar Steine, ey, super. Und, zack, ich habe schon mal ein Schwert. Das heißt, wenn du... Oh. Humba, Humba. Alter, Gomme, du führst ja sowas von. Humba, 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 Humba. Humba, Humba. Das geht mir gerade hier viel zu schnell. Krass. Ich nehme mal diesen... Ich nehme jetzt auch zu schnell irgendwie. Ich baue nur ganz normale Sachen. So ein Steinschwert und so. Ich nehme diesen Leben mal einfach mit. Ich habe den jetzt mal mitgenommen, abgebaut. Ne? Wir haben jetzt 16 Leben. Wahrscheinlich kann man sich daraus später Bricks machen. Und aus Bricks, keine Ahnung was, müssen wir mal schauen. Ich muss die ganzen Erfolge auch noch nachholen hier. Auf jeden Fall, mach alles in die Truhe packen, was man gerade mal nicht braucht irgendwie. Das ist wichtig. Weil wenn ich jetzt sterben sollte... Alter, wenn du mal überlegst, ne? Diese ganzen einfachen Erfolge jetzt... Alter. Diese ganzen einfachen Erfolge jetzt am Anfang hast du ja alle geschafft. Und ich habe mir gedacht, ich kann die ja eh noch alle nachholen und den Score aufholen. Kann ich ja nicht. Ich habe die auch automatisch geschafft. Ja eben, das ist geil. Das ist voll doof, dass du die alle vorher jetzt gemacht hast. Hä, macht aber keinen Unterschied, oder? Ja doch, jetzt hast du die ganzen Erfolgepunkte bekommen und ich gar keinen. Aber ich habe sie ja quasi... Weißt du, was ich meine? Ja klar, aber trotzdem machst du ja Erfolg. Ja, ist ja auch egal. Guck mal runter, hier ist eine Höhle. Guck mal hier. Kannst du mal einen Blick reinwerfen? Stimmt, was baue ich hier eigentlich? Ich baue das Ganze wieder ab hier. Das soll doch unsere Base werden hier. Schau mal, schau mal, schau mal. Hier ist eine Höhle, ey. Warte, ich komme sofort, ich komme sofort, ich komme sofort. Was ist da aber? Also in der relativ kleinen und unübersichtlichen. Also ich... Ja, ich weiß nicht. Die Höhle gefällt mir nicht wirklich gut, aber... Ich will ja direkt wieder alles schön machen, ey. Ich blöd, Mann. Kann man ja später immer noch, würde ich mal meinen. Ähm, Steine, genau. Ich baue mal für dich auch ein Steinschwert, okay? Obwohl, warte mal. Ich habe nur noch vier Holzbretter. Soll ich mir damit wirklich jetzt noch... Nee, wenn wir ein Holzschwert haben, reicht das erstmal. Ich habe ja ein Steinschwert. Du hast kein Holzschwert? Nee, nee, ich habe ein Steinschwert direkt. Pack die Steine, äh, dieses Holzbester da rein. Wir müssen vorsichtig sein, weil wir bisher noch keine Setzlinge haben. Eben, richtig. Stimmt, sind die nicht da oben? Nee, sind die nicht. Ey, vielleicht ist oben bei den Monuments was gespawnt auf dem Monumentblock. Ah, das kann ich mal eben auch gerne erklären. Wir beide können ja nochmal hoch. Ich gehe mal eben nochmal ganz kurz hoch. Ähm... Oh, jetzt hast du alles mitgenommen? Nee, doch nicht. Ich nehme auch die Kiste mit, die hier stand. Das erkläre ich dann mal eben schnell. Oh, wir können ja auch das Eisen abbauen. Guck mal, wir haben ja Eisen hier. Zack, ich habe Eisen abgebaut. Stimmt, nimm mal das Eisen mit. Habe ich es eingesammelt? Ich hoffe mal. Wo habe ich es denn? Hä? Ach, da habe ich es. Okay. Okay, erklär das mal mit dem Monumentroom. Ja, sofort. Oh, ich werde hier verschüttet. Ich bin sofort da. Komm mal ganz nach ganz oben. Hier sieht es auch schon deutlich schöner aus. Oder wir machen uns die Base doch hier hin mit Ton. Ja, ne? Das ist natürlich auch hier. Ja, das ist Tageslicht halt, ne? Nimm mal die Sachen von unten mit. Wir müssen uns auch eine coole Treppe noch. Und wir haben gesagt, wir bauen es von Anfang an schön. Ich bin in den Raum, wo ich gerade bin. Du bist ja am völlig falschen Ort. Ich weiß ja gar nicht, wo du hin möchtest. Ich bin unterwegs. Das ist der Spawnpunkt. Also, wir sind hier in diesem Raum angelangt und haben ja hier diese, ja Statuen sind das nicht, aber diese Blöcke, die übereinander gestapelt sind. Und wenn man hier rangeht, steht hier Red Stained Clay. Also roter Clay muss da rauf, rein theoretisch, denn das ist so ein Raum, hier kriegt man Bonus-Sachen von der Karte. Das ist so ein Challenge-Raum. Das heißt, hier steht, okay, man muss diese Glasblöcke gegen roten Leben ersetzen, dann erhält man irgendetwas. Das weiß ich nicht. Genau. Und was man da erhält, das sehen wir nämlich in der nächsten Folge, weil das war es schon wieder mit Part 1. Und wo sieht man es? Oben auf dem weißen Block da, auf diesem Clay-Block da oben. Da spawnen die gleich, wenn diese Sachen dann irgendwie gleich freigesetzt werden bei dem nächsten Erfolg. Den sehen wir in der nächsten Folge, die kommt dann auf meinem Kanal, die übernächste kommt bei GOMM und dann werden wir dieses ganze Projekt wieder richtig leben, weil wir es lieben und ja, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es uns mit einer Bewertung und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Also, haut da rein. Tschö. Mit Ö.